Das Projekt Hotel Hofgalerie in Morsum wurde am Freitagnachmittag mit einer großen Gartenparty eröffnet. Das exklusive Hotel wurde behutsam in die dörfliche Struktur Morsums eingebunden. In den vergangenen Monaten wurde die ehemalige Hofgalerie saniert, umgebaut und erweitert. Es entstand ein echtes Kleinod im Herzen des beschaulichen Ostdorfes. Die Kunst bleibt im Hotel weiter ein wichtiges Thema. Das Interieur und der Garten wurden maßgeblich von Sylter Künstlern mitgestaltet. Die Gäste erwarten 24 außergewöhnliche Suiten, alle individuell gestaltet. Es gibt einen tollen Außenpool. Der exklusives Barbereich mit Schwimmbad, Sauna, Wärmekabine und Dampfbad runden das Bild ab. Die Suiten kosten ab 170 Euro pro Nacht. Als Eröffnungsangebot gibt es 20% Nachlass auf die regulären Preise.